Leute, in diesem Video werde ich an einem Glücksrad drehen mit Francesco und auf diesem Glücksrad, auf diesem Glücksrad, da sind viele, viele, viele Challenges und die Challenge, die jetzt kommt, die werde ich dann mit Francesco durchführen. Okay, Leute, ich habe hier schon, ich habe hier schon ein bisschen rumgedreht, aber egal, wir drehen nochmal. Okay, was kommt hier raus? Dors but die? Also ich, Moment mal, was ist das für eine Challenge? Ich muss sterben? Das wird hier einfach. Ich glaube, wir machen nochmal, oder? Äh, also diese Challenge, die ist komplett dumm, also, die, die ich mal, ich drehe jetzt wieder. Dors but now hiding. Schon wieder Dors but die? Oh man, ich drehe nochmal. Also jetzt kommt, Dors but now, oh mein Gott. Oh man, okay, das, das werde ich jetzt mit Francesco durchführen. Okay, Leute, also, wir dürfen in dieser Runde keine Schubladen öffnen. Okay, oh man, aber dann würde ich mal sagen, ich mache gut mein Audio an. Wollen wir noch einen Schubladen machen? Ja, Francesco, wenn du willst. Oh, ich habe einen. Dors but no damage. Also, was für ein Timer-Tee kommt? Wir dürfen die ja keine Schubladen kommen benutzen. Ah, okay, also wir machen dann keine Schublade öffnen Challenge, plus kein Schaden Challenge. Es wird sehr schwierig sein, aber auch. Ja, es wird schwierig sein, aber egal. Komm mal in eine Runde rein. Okay. Mama, das wird echt schwer. Ja, es ist so schwierig. Und was sollen wir machen, wenn wir Schaden kriegen? Keine Ahnung. Und was passiert, wenn jemand jetzt reinkommt bei dem Funterle? Achso. Oh man, oh man, ich habe es so vergessen. Ich habe es so vergessen. Leute, falls ihr... Falls ihr nicht wisst, worum es geht, ich bin hier gerade in A-Box-Server, in Telefonzelle A. Und falls jemand reinkommt, dann wird das Video gestört. Also, aber ich rufe dich jetzt an, Franzisk. Okay, Leute, ich habe ihn jetzt angerufen, by the way. Seine Roblox ist gequasht. Ja, also so random. Oh man, das passiert bei mir auch, wenn ich das normale Roblox... Oh man, was hat... Egal, ich verlasse... Ich verlasse und ich trete wieder bei. Okay, Leute, wir sind wieder hier. Dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder in einen Aufzug rein. Okay. Mama, Papa. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder in einer Runde drehen. Okay. Oh man, oh man, ich habe es so ver... Oh man, ich habe es so vergessen. Ich habe es so vergessen. Egal, ist jetzt öffentlich wirklich keine Schokoladen mehr. Aber, äh, aber man darf hier Coins aufsammeln, wenn das irgendwo liegt. Hallo? Aber man, ja. War Schubladen geöffnet? Die dürfen nicht. Naja, nur kurz, nur kurz. Ich habe es vergessen. Oh mein. Naja, egal. Oha, oha. Bei Tür. Bei Tür 4 wieder eine Kerze. Tür 0? Wenn man Tür 0 kann Schubladen öffnen, dann ist es okay. Okay, okay? Hm? Ist es okay, wenn es mir jetzt zu planen gehört zum Tag ist? Ist es nicht so schön. Okay, okay, ja. Es ist, weil Tür 0 ist das wahr. Ja. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Puh! Okay, war ein Spaß. Aber wir gehen jetzt weiter. Okay. Oh man, ich glaube, es ist gar nicht mal so eine gute Idee. Einfach eine Kerze als Lichtquelle. Was, wenn der Schlüssel in einer Schublade ist? Okay, da ist es nicht. Oh nein, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Nein. Nein. Oh man, okay, Leute, wir machen es so. Man darf Schubladen öffnen, um den Schlüssel zu finden, aber nicht so muten. Ah, okay. Ja, wir machen es so. Man darf Schubladen öffnen, um den Schlüssel zu finden. Ja. Also, hier dürfen wir dann Schubladen öffnen, weil, oh man. Oh man. Okay, ich höre Regen. Oh man, ich höre Regen. Oh, ruf, 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 ruf. Geh, schau mal weiter. Da ist nix. Oh. Oh man. Was war das? Da war einfach Wash noch. Hast du ihn gesehen? Ich weiß, dass ich längere Räume bin. Ja. Oh man. Okay, ah, ist gut. Okay, okay. Ich will jetzt auch so nervig sein. Und Schnau auch. Schnau. Ja, Speed One Key finden. Ja. Oh nein. Nein. Ey, aber das sind, zählt das als Schublade? Nein, das ist keine Schublade. Das ist so. Das ist keine Schublade. Oh, Kostinlande. Das zählt nicht als Schublade. Also, das ist keine Schublade. Das ist keine Schublade. Versiegen was anderes. Mach auch ein anderes Geräusch. Oh. Man darf nur, man darf nur, die Schublade, oh schon wieder. Jetzt hast du, oh. Man darf nur, da. Bei mir kam Time Tee. Ich habe jetzt Damage gekriegt. Nein. Ah, ich höre hier Dingens. Schlüssel. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Aber, wir müssen den Schlüssel suchen, weil... Soll Time Tee auch dazuzählen. Ja, das wäre dann unfair. Ich weiß nicht, aber wir machen weiter. Rush, 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 rush. Oh, ich dachte, da ist kein Schrank. Oh, hab ich ein Glück. Okay, da ist der nette Rush hat für uns die Tür geöffnet. Okay. Okay. Was? Das haben wir, Timothee, eigentlich, sagen, wenn ich auch Schaden mache. Weiß nicht, macht nur fünf Schaden, also. Oh, ich hab' ja, das ist ein Schaden. Naja, ah. Ah. Aber erzählen die Kissen auch in Schublade, ich denke nicht, komm. Das ist Kissen, 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 Kissen. Ja, 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 stimmt. Oh, ich hab' ich hab' ein Pflaster. Aber wenn man ein Flattenhahn, ah, ne, da, ah, ah, ah. Das wäre, das wäre, ah, ne, das wäre unfair. Aber egal, ich hab' jetzt kein Damage mehr. Aber Eis lassen wir. Eis? Ja, Eis. Ah, das, das, ne, das wäre unfair, weil, Damage generell, da geht's um Wind. Ich warte, ich warte auf dich oben. Timothee ist okay, okay? Okay. Also wir sagen, Timothee fehlt nicht, aber dafür Eis schon. Okay, ja. Eins, zwei, drei. Buh! Oha, das war, das war rechtzeitig. Das ist Backrooms. Was für, ach, ne, 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 das ist Bus oder U-Bahn-Station. Egal, wir sind, äh, wir sind in, äh, in der, ähm, typischen Seek Chase. Oh. Oh, Crucifix Raum. Ich guck' das Bett, ich geh' und das Bett. Ey, wenn hier ist ein Crucifix liegt. Oh man, leider nicht. Ich guck' noch mal ab, ich guck' noch mal ab, und hier etwas liegt. Ne, leider nicht, leider nicht. Ich kann auch jetzt kein Sieg kommen. Ja. Ah, ja, doch. Doch, es kommt Sieg, leider. Egal. Oh man, oh man. Bei mir kam Sieg mal bei Tür 41 und 42 fast so. Ich weiß nicht mehr, aber dann war ich direkt, äh, ich war so nah an Figure. Ich hab' 100 Coins. Oh man. Hör, hab ich da was? Ne, das war Fake Sound. Äh, recht, äh, ja, recht. Hä? Ey, du hast ja alle Türen für mich. Ich hab' gar nicht erkannt, erkannt, dass es recht und jetzt, äh, und jetzt links ist. Ey, oha, übertreib. Oha, wie schnell warst du? Hast du Pillen geschluckt? Äh, kann sein. Die Frage ist, ja, naja. Warte kurz. Oh, ich hab' jetzt auch sogar Vitamine gefunden. Oh man. Oh, wir sind bei Figure. Ja. Ich erkenne es immer an diesen Räumen. An diesen langen Weg. Oh, stimmt, wir dürfen hier nicht looten, leider. Ah, ich auch, ich auch. Aber wir crouchen, ja. Warte, warte, warte. Die Weltkugeln müssen wir machen, Max. Okay. Los. Lippie. Loll, doppelt F***er. Warte, warte, warte. Äh, du gehst da lang, ich geh' hier lang. Ach, ey, 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 du dich. Ich geh' dann hier lang. Das war gut bei da. Ja. Hier ist ordentlich. Hier sind ordentlich Bücher. Auf dieser Seite. Okay, nur ein Buch, das war nicht ordentlich. Ich würde so gerne hier looten. Oh nein. Oh nein. Der Code ist 0000. Oh, stimmt. Oh, ich hab noch ein Buch. 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 Aber ich seh' ihn nicht. Oh nein. Okay. Ähm. Oh, ich hab noch ein Buch. Oh, ich hab noch ein Buch. Oh, ich hab noch ein Buch. Oh, okay. Ja, wir brauchen noch das X. Äh, oder? Ja, ne. Wir brauchen noch zwei Bücher. Ne, ja, ne. Doch. Ein Buch. Nein, noch drei Bücher, noch drei Bücher. Was hast du getan? Warum ist Trigger so mad? Ich sei jetzt stuck. Oh. Warte, wir haben alle Bücher. Okay. Oh. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ich sehe, ich sehe. Ja, wir haben... Wo ist der Typ? Ah, ich sehe seinen Schatten aber. Wo der... Mein Ernst, wo ist der? Und? Da. Okay, dann komm ich. Dann komm ich eben mal kurz nach oben. Wie schnell? Ich hab' mich nicht. 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 Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich kann mich nicht in den Kopf abschreiben, weil meine scheiß Minus-Taste nicht funktioniert. Ich wusste nicht, dass da oben ist. Das ist das Ding. Ich wollte in die Ecke rennen. Ich wollte dann nicht rangehen, um dieses scheiß Minigame zu machen. Und jetzt... Ich wusste nicht, dass da oben ist. Ich wusste nicht, dass da oben waren. Oh, man. Warte, ich bin schaden oder kill. Ich denke mal beides. Ich bin das in der Lage dazu, den Code aufzuschreiben, aber... Wie lange du läufst, versuche ich mal den Code herauszufinden. Ich kann... Ich kann... Ich kann mich... Ich kann mich... Ich kann mich auf töten, oder? Da machen wir halt ne neue Runde. Okay, bin ich schneller als die Urkommel? Oh, man. 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 leute ich würde mal sagen wir sehen uns wenn ich schaden kriege oder wenn wenn wir wieder bei flieger sind ich meine schaden meine steile team oder wenn ich generell schaden krieg dann haben wir die wette verloren dann ist es aber nee ja damit die zählen nicht einmal die zählen nicht weil er kommt oft auch wenn die chance dass er kommt auch wenn die chance zu 200 prozent unmöglich ist aber da kommt auf der kommt auf jeden fall sehr sehr oft ich habe schon wieder eine tasche lampe gefunden jackpot ich habe ich habe eine tasche lampe gefunden bevor die dunkelheit kam nie im leben niemals niemals hier liegt doch kein crucifix ach in den kisten ja dass da liegt manchmal ein zug das ist ja kein schubladen öffnen ja stimmt stütten stimmt ich gehe da ich gehe dahin nein nein ich habe verkackt ich habe verkackt ich bin ins feuer gelaufen ich habe schaden bekommen nein ich habe ja schon verkackt geh rein und geh rein und ich drehe die kugel geh rein ich habe die kugel gedreht ich gehe wieder aufbauen ich habe kurz was gegessen aber da ist noch ein buch sehe ich ich kann so hässlich knurren ne äh so ekelhaft knurren ey warum verschwendest du ein figure crew ja genau dieses buch meint ich wenn ich Minigale machen muss dann mach einmal die kürze weg zu den typen weg ein buch ja hast du ein gesammelt drai 快 die wir kommen hier Das war knapp, das war knapp, Halleluja, Halleluja. Schau einfach den Code, ich kann nicht den Code machen, ausseitem, ich merke es in mir. Hä? Niemals hab ich falsch gemacht. Oh nein. Oh man. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab ihn nicht mal gesehen. Oh nein. Ich hab ihn niemals hinter einer Tür, hinter einer Tür gefunden. Oh, Leute. aber ich habe ich habe mal shadow gefunden und jack in deiner türen hardcore aber das erste mal und das zweite mal wo leute ich habe einfach ein kuss gefunden bei kippen und noch eine tasche lange gefunden ich habe leute leute oh mann 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 fake verfolgt dass dies fährt nach unten er ist hier unten den oja ich hatte so ein glück den schlüssel darf mann aber finden das auf denn jetzt kann ich verschwende jetzt nicht die energie von meiner tasche ich bin ich am fleißig am suchen was schon wieder hier ist nicht das schlüssel schlüssel doch 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 ich wollte schon sagen hier ist nicht der schalter bei mir und dann habe ich und dann war es doch hier aber jetzt bin ich lost ich bin lost wer hat hier dass die schublade abgesucht okay dann würde ich mal sagen wir gehen weiter machen mein hund welt schon wieder in meiner aufnahme ich würde so gerne die luten ich würde so gerne die luten ich bin ich mich dadurch kann man sich nicht hier irgendwie durch glitschen aber ich habe einen trick das ist so geil das ist so geil jetzt drücken und mann ist hier drauf oh mann ich liebe es es geht aber auch auf handy man muss dann wenn man raus geht muss man dann nach hinten gehen egal kommen schwebt ich hatte im mädchen internet und gekommen ich habe wir haben jack nicht mal gehört aber jack hinter den türen das ist das ist normal junge oh mann ich wusste es ich wusste es ich gehe ich öffne nur hier die schubladen wo ich gerade leid höre Prozent gar nicht macht ablaufen zieht schon wieder nach dem Lockpick ja ich mache noch die Ganker Kölkungen da müssen wir bei dann müssen Prozent dann müssen wir bei den Speis die Prozent bei den Schildern 9 nun vitamine nimm du die weil ich habe schon termine eine ok sieg nächstes sieg ist jetzt will sieg einmal die batterie brot sich so gerne oh mein gott meine tasche lamp ist so laut gar nichts zu tun kommt sieg ja das ist richtig sieg ich habe eine pill in der hand und dann geh du mal weiter vielleicht kann man in der cutscene sehen dass ich jetzt bin schlücke und ja leider nicht aber es ist rechts mit links o mann o mann rechts rechts ermitteln links rechts links rechts links und jetzt rechts links und jetzt rechts und durch die türen eis o mann ich war kurz davor ihn reinzugucken halt halte holt 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 kicke 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 überlebe einfach ok rette mich rette mich und schlug dann nach hinten und jetzt wieder nach vorne halt ist so anstrengend und danke immer diese tür weißt du okay dann kommt dann den kord ja ja stimmt 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 das wird echt anstrengend das wird das jetzt oh mann also ob wir diese runde jetzt durchspielen wenn ich jetzt wieder schaden kriege auch wenn ich jetzt in eine falle rein trete dann was ist dann bin ich raus hier kommt ist dann kordiat kodiad wie das ich weiß was ist einfach nicht mehr was ist der garten ich kann ich kann ich kann ich kann selber nicht aussprechen ja ich schaue nicht aber sagt mir wenn du wusch kommt da war eine falle speed waren die hier den garten es war es mit es war es mit dem video tschüss ne war nur spaß wir machen einfach weiter ein blatt hier bleibt hier aber ich hatte ein schnitz 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 wir haben gerade den Garten der Spitze ich hatte so kommt ob jetzt mehr oh mein Gott wir haben den Garten in zwei Minuten oder sind geschafft das ist ja mal geil ich bin fast tot und fast tot russisch aber die doch 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 die erste Session BD ich habe ein Glitch gefunden oder nee aber das war geil ja ich bin auf diese auf diesen Fass drüber keine Ahnung wie ich es gemacht habe aber man kann leider auch nicht bringen also das war das war dieses Fass denke ich also ich bin hier ganz normal rüber gelaufen es hat wieder funktioniert ne doch nicht egal wie lassen es und und aktiviert hat sie also ich gehe ich gehe dann ich gehe links lang und du bist dann rechts lang das ist auch ordentlich ne und dann wenn du rechts bist und da alles abgesucht hast gehst du dann in die Mütze das ist ja ich bin chill deine Nuggets okay hier ist wieder mal nichts in diesem Raum boah aber aber ich habe ich habe mit auf den Weg was gesehen welche Schalter ich habe gesagt nein du warst nah an dieser eine Tür nein ich war überhaupt nicht nah ich war bei dir nein ich war neben bisschen Schränke Dingern weißt du hast du Minigain gemacht nein ich war neben bisschen Schränke Dingern weißt du achso 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 dann spiel ich jetzt weiter schade schade gg 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 aber gg ne muss man sich beruhigen ruhig beruhigen ja oh man oh man warte kurz oh oh dreht er um dreht er um wo ist dieser Schalter ich höre hier ein Schalter aber wo ach hier ich höre hier ein Schalter aber wo da vorne ist auch mitten auf dem Weg ein Schalter ach keine leid ist da keine leid ist da wenn er jetzt umdreht dann bin ich natürlich tot ich denke mal er dreht nicht um doch er dreht um er droht yah iets er macht wieder Brackdance schau mal Brackdance game let's go ey fern erstmal Skittle und jetzt Französisch und die 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 den die wie er mit meinen Akilorne und mein Name für den Lien um die Linie ich kann auch die Spiele vor allem ein kurzer Füchner bei bei dem Türen der Tag nämlich immer mein Künstler die Rappel raus Aber die Frage ist, wo ist Figger hin? Wo ist der? Ich wollte kurz Taschenlampe gucken, Kurt. Was? Ich wollte kurz Taschenlampe gucken, aber dann... Dann kommt ein bisschen so auf einmal. Oh man, oh man. Puh! Leute! Ich kenne es ganz besser. Figger macht so. Oh... Nein, Motorrad kann besser. Oh, stimmt. Oh, Motorrad. Oder Abdo. Ja. Lamborghini, Sportwagen. Okay, ich habe das erste sofort fertig. 5 2 4 6 7 und das zweite habe ich auch sofort fertig das mache ich einfach mal alle an aber man kann man ganz bemerkt es sollte auch zu sein nur die die diese sind aus die sind aus die zwei ist noch aus die zehn jahre ich weiß ich weiß ich habe nichts bemerkt muss die 1 aus aber ich komme weiter leute ich komme weiter die 9 die 24 die vielen muss noch aus weiter habe ich wieder nicht bemerkt aber ich sollte jetzt sofort fährt muss die 1 aus hohrmann ich merke gar nichts ich glaube es ist jetzt richtig hoffentlich aber man was ist denn noch aus ich habe schon alle ausgemacht die außer an die sieben die sollte sofort fertig sein ja 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 hände aufschütteln hände ausschütteln hier hier okay bereit machen ab zu hauen und oben war sogar auch kein schalter wo ist der egal ich gehe mal ein siebter fordance fordance ja die aufnahme geht es bestimmt schon eine stunde weil ich brauch fast immer eine stunde und bis zur türen dazu kommen aber ich habe es durchgespielt 30 minuten war das hier 30 minuten das wäre viel ich brauche selber für die bibliothek 30 minuten und die waren spaß aber wie ganz hab ich jetzt diese seile und geht dann in diesen linien ding bestürzen ab und überleben ist wahrscheinlich nicht dann gibt es auch kein floor 2 und die waren spaß die dieses euro das wurde so geil gemacht die so sollte eine tür sein leute dann schreibe alle für franzesko gg in die kommentare und west in peace aber dann würde ich mal sagen es war's mit dem video und falls euch das video gefallen hat lasst doch gerne ein like abonniert den kanal und schaut euch das video auf das video das gleich in der mitte ist was egal also da würde ich mal sagen bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020